Hier präsentieren wir die 5 beste Babypuppen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Bayer Design 94.694 AG 94.694 A. Jedes kleine Mädchen, das Puppen mag, wird von dieser Babypuppe von Bayer Design begeistert sein. Diese bezaubernde Babypuppe hat einen weichen Körper und eine Vielzahl von Assessoas. Sie ist 46 cm groß, macht verschiedene Babygeräusche und blinzelt mit den Augen. Sobald ihre rechte Hand gedrückt wird, schließt sie die Augen. Sie gluckst, wenn die Puppenfüße gestreichelt werden. Sie blinzelt auch, wenn ihr Bauch berührt wird. Wenn die Bayer Babypuppe ein Fläschchen gibt, bewegt sie den Mund und schmatzt mit den Lippen. Nummer 4. Zapf Creation 822.524 My Little Baby Born Die 32 cm große Baby Born Puppe von Zapf ist für Kleinkinder ab 12 Monaten geeignet. Auch der Hersteller gibt diese Altersgruppe an. Der mit Stoff bezogenem Mittelteil der Babypuppe Baby Born eignet sich ideal zum Kuscheln. Die Babypuppe Baby Born von Zapf ist durch ihr Easy Fit Design ideal für kleine Kinderhände, da sie sich leicht an- und ausziehen lässt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Baby Annabelle 794.463 Puppe Diese Zapf Baby Puppe ist gewissermaßen das Einsteigermodell für Puppen. Aus diesem Grund wird sie auch als My First Baby Annabelle bezeichnet. Kleinere Kinder können die Babypuppe dank ihrer Größe von 36 cm sehr gut handhaben und mit ihr spielen. Die kleine Babypuppe wird mit einem Strampelanzug, einer passenden Mütze und einem Fläschchen geliefert. Die Babypuppe kann an- und ausgezogen werden, und ihr Kind kann sie füttern. Für viele Kinder ist die Babypuppe Annabelle ein Spielkamerad und ein tröstlicher Freund. Sie hat versklavene Augen. Nummer 2. Simba 105.039.005 Newborn Baby Puppe Die 43 cm große Spielpuppe von Simba lässt Mädchenherzen höher schlagen. Im Lieferumfang des New Baby Born ist zahlreiches Zubehör enthalten, darunter eine Flasche, ein Letzchen, ein Töpfchen, ein Schnuller, eine Windel und Fütterutensilien. Batterien werden für diese Babypuppe nicht benötigt. Die Babypuppe kann mit der Babyflasche Wasser trinken und dann auf die Toilette gehen, oder sie uriniert in ihrer Windel. Der Körper der Puppe besteht aus Vinyl, und ihre Gliedmassen und Beine können sich bewegen. Die Babypuppe ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und ist preislich und funktionell gleichwertig. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bayer Design B 2.894.682.9468.200 Funktionspuppe Hello Baby. Die Bayer Babypuppe hat mit 46 cm die Größe eines Neugeborenen. Sie ähnelt einem Baby und bietet ihren Kindern stundenlange Unterhaltung. Die Babypuppe hat schlafende Augen und einen zarten Körper. Das Zubehör besteht aus einer Flasche, einer Mütze und einem Strampelanzug. Das Kind bewegt seinen Mund und macht Schlürfgeräusche, wenn es mit der Flasche gefüttert wird. Es kluckst und sagt Mama oder Papa, wenn man eine der beiden Hände drückt. Die Babypuppe beginnt zu lachen, wenn man ihren Bauch kitzelt. Um alle Funktionen nutzen zu können, braucht man Batterien. Die Leistung und der Preis der Babypuppe sind angemessen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.